Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, es ist wieder Donnerstag und ich bin hier. Und ich habe diesmal einen vierbeinigen Studiogast und das ist jetzt der Vorführeffekt. Vorhin saß sie noch sehr schön mit dem Kopf nach vorne, dass Sie sie alle sehen können. Jetzt hat sie sich ein bisschen in der Tasche vergraben. So ist das nun mal eben mit Dackeln. Das ist die Nelly, die heißt Nelly Nielsen und ist ein rauher Dackel. So, ich möchte gerne, also achso, ich wollte ja noch darauf hinweisen, ich habe heute ein paar neue Blumen mitgebracht, weil das Wetter heute so schön ist oder war hoffentlich. Und ich habe mich auch selber mit sehr Frühlingshaft heute angezogen. Vielleicht hilft es ja, weil also heute war es ja, gut, nichts gegen Schnee, aber es war ja ein ziemliches Schmuddelwetter. Und ja, ich wollte dann als erstes Mal an unser Thema vom letzten Mal anknüpfen. Da ging es ja um alte Liebe rostet nicht und On-Off-Beziehungen, beziehungsweise eben wie das so ist, wenn Leute unbedingt nicht loslassen wollen und können, wegen Hauskinder, das will ich nicht abwerten, aber das sind ja die Themen. Und da hat hier eine Dame angerufen, die hat auch noch eine Zwillingsschwester, hat auch, glaube ich, schon selber erwachsene Kinder. Und die hat mir erzählt, dass es sehr mühselig war, dass die Eltern sich eben nicht getrennt haben. Weil die Eltern in der Regel ja denken, sie tun den Kindern irgendwas an, wenn sie sich trennen und die Kinder eher zu Hause verlieren und so weiter. Aber das ist ja alles eine Frage der Organisation. Und ich bin auch nicht grundsätzlich dafür, dass man sich schnell trennen sollte, aber ich denke, dass viele sehr lange ausharren und die Kinder damit gar nicht glücklich sind und die Eltern einfach falsch auf dem falschen Dampfer, wie man so sagt, sind, weil sie meinen, sie können denen das nicht antun und sie wollen also daran festhalten und das deren Zuhause und ich habe es ja schon gesagt und so weiter und so weiter. Es geht aber sehr oft so, dass es auch ist, die Erfahrung habe ich auch übrigens persönlich gemacht, dass Kinder sagen, es nervt hier zu Hause, könnt ihr das nicht irgendwie anders regeln. So und deswegen habe ich heute jetzt das Thema, muss es der leibliche Vater sein? Es gibt ja viele, ich habe so oft gehört, dass Eltern sich getrennt haben und dann hat die Mutter wieder gehalten, geht es von der Mutter aus umgekehrt, natürlich genauso, aber die Kinder werden ja auch heutzutage meistens noch der Mutter zugesprochen, weil es einfach auch einfacher ist. Gut, das ist ja auch jetzt wieder ein anderes Thema noch, da sollen sich die Männer auch nicht auf den Schlips getreten fühlen, dass ich denen nicht zutraue, dass sie auch als alleinerziehende Väter gut funktionieren. Also da kenne ich auch welche und da gibt es bestimmt auch ganz tolle Modelle, sage ich jetzt mal. Aber das ist natürlich so, dass es meistens bei der Mutter ist und ich habe wirklich sehr oft gehört, dass Leute, also Kinder, dann irgendwann mit einem neuen Vater konfrontiert wurden, also nicht mit einem neuen Vater, aber mit einem neuen Mann der Mutter und dass das manchmal sehr gut geklappt hat. Das kommt nämlich auch immer drauf an, wenn man zu lange rumeiert, wenn es zu lange so ist, können die Kinder sich auch schlechter an jemand Neues gewöhnen. Man sagt auch, dass unter Schulbeginn es am einfachsten ist, weil die Kinder dann nicht so viel mit sich selbst zu tun haben und nicht so viel schon, naja, wenn man zur Schule kommt, dann muss man halt bestimmte Sachen im Kopf haben, die für diesen Schulbeginn oder den Schulablauf wichtig sind. Und das ist ja davor nicht so und deswegen können die Kinder das auch dann leichter verarbeiten. Und dann wird ja auch nicht von den anderen so viel gefragt. So sind ja keine Einzelfälle, aber die Kinder können ja auch ein bisschen manchmal stressig sein und fragen dann so, was macht dein Vater und so weiter. Und deswegen sagt man eigentlich unter Schulbeginn, aber das kann man sich ja natürlich, also nicht, dass sie denken, ich bin hier Frau Schlau, das kann man sich ja auch nicht so aussuchen. Aber ich wollte eigentlich, um dieses letzte, von vergangener Woche das Thema nochmal aufzuheben, wollte ich nochmal sagen, es ist nicht immer die bessere Variante auszuharren und alles so zu lassen. Ich habe heute hier einen Fax bekommen von, nicht einen Fax, eine E-Mail von Nadine und die schreibt, ich muss ab und zu mal da hinkommen, gucken, Entschuldigung, aber nicht, dass die Nelly abstürzt, dann kriege ich Ärger. Also noch ist sie ja mit ihrem Knochen beschäftigt und alles gut. Also Nadine schreibt, als sie fünf war, hat ihr Vater, sie und ihre Mutter und es gab auch noch eine etwas ältere Schwester verlassen. Und nach der Trennung, es gab viel Stress und dann war auch okay, die Trennung war, es war nicht einfach, aber nach der Trennung holte uns, mein Vater regelmäßig ab und parkte uns bei seiner Mutter, unserer Oma. Also der Vater ist seiner Verpflichtung nachgegangen, hatte aber vielleicht aus beruflichen Gründen oder wie auch immer nicht die Zeit, sich wirklich selber um die Kinder zu kümmern und hat die Kinder dann bei der Oma geparkt. War ja auch ganz schön, aber die Oma war sehr streng und die mussten immer alles aufessen und ja, sie mochten da nicht so gerne sein. Hinzu kommt noch, schreibt sie, dass meine Oma ständig über unsere Mutter lästerte und alles, also ihr praktisch in die Schuhe geschoben hat. Ja, das passiert ja auch leicht, sowas. Das ist auch immer, auch zwischen Eheleuten ein sehr schwieriges Thema, diese Schuldzuweisungen und dass die Kinder dann sich auch schlecht fühlen, weil sie denken, eine hat Schuld und vielleicht habe ich als Kind eben selber auch was damit zu tun. Weiter schreibt sie, irgendwann wollten wir nicht mehr zu unserem Vater beziehungsweise schon mal gar nicht zu der Oma. Meine Schwester, die mittlerweile zur Schule ging, hat sich letztlich durchgesetzt und wir gingen nicht mehr zu der Oma. Ja, das war dann so und als diese Nadine jetzt, danke Nadine für deine Mail, die Nadine dann selber auch zur Schule kam, hat die Mutter wieder einen Mann kennengelernt, hat sich neu verliebt und hat den auch geheiratet. Und sie schreibt jetzt, für mich ist das heute mein eigentlicher Vater. Er hatte auch schon eine Tochter und ab und zu war die bei uns. Wir hatten eine richtig schöne Familie. Also so kann es auch gehen. Und dann schreibt sie weiter noch, meinen leiblichen Vater habe ich später ein paar Mal gesehen. Auch er hatte wieder eine Familie, aber wir hatten ein sehr oberflächliches Verhältnis zu ihm. Okay, also Hauptsache sie hatten ein Verhältnis zu ihm. Also Kontakt ist ja eigentlich immer wichtig, weil wir haben ja so eine Herkunftsfamilie und das ist ja zum Beispiel bei den Karten auch so. Die liegen auch, wenn sie nicht mehr da sind, immer in den Karten. Die Herkunftsfamilie, die hat ja auch was mit unserem Leben und mit unserer Zukunft zu tun. Und so ganz, dass man den Vater oder manchmal auch ja ihre Mutter nicht, manche wachsen ja auch im Heim oder bei Großeltern auf, gar nicht zu sehen. Und es ist schwer, aber es wäre super schön, wenn man so ein neutrales Verhältnis dann haben könnte, so ein freundschaftliches. Und so ähnlich war das dann wohl auch, aber sie haben sich dann auch nicht mehr so oft gesehen. Und sie schreibt dann noch, für mich war mein neuer Vater der Richtige. So kann es kommen. Ich möchte aber jetzt gerne hier nicht einen Monolog führen, sondern ich möchte gerne, dass Sie mich zu dem Thema anrufen und mir Ihre Geschichte erzählen. Haben Sie auch einen zweiten Vater gehabt oder haben Sie Ihren Vater ganz früh, hat er sich ganz früh getrennt und Sie haben ihn vielleicht gesucht und die Mutter wollte den Kontakt nicht. Es gibt ja auch manchmal welche, also Situationen, ich bin manchmal ein bisschen abgelenkt, sorry. Es gibt manchmal auch Situationen, wo die Kinder gar nicht so genau wissen, die Mütter sagen dann nicht die Wahrheit. Es gibt ja auch leider Menschen, die sind verheiratet und haben einen, das wird in den nächsten Wochen auch noch unser Thema, seitensprungmäßig. Und da ist es natürlich so, dass die Kinder irgendwie selber rausfinden müssen, wer ist der Vater. Aber davon gehen wir jetzt nicht aus. Ich würde mich freuen, wenn Sie anrufen und vielleicht auch mir erzählen, war es sehr schlimm, dass sich die Eltern getrennt haben oder war es die bessere Variante, kam Ruhe rein. Und jetzt haben wir jemanden in der Leitung und das ist die Melanie. Ist sie schon drauf? Ja, hallo, schönen guten Abend. Hallo Melanie. Hallo Silvi. Hier ist die Nelly. Hast du das schon gesehen? Ja, die habe ich schon gesehen. Die hört auch, die hört auch. Wer spricht da? Ja, okay. Was möchtest du uns denn für eine Geschichte erzählen? Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, und zwar kann ich insoweit Folgendes erzählen. Ich bin adoptiert worden im Alter von sieben Monaten. Das heißt, ich kenne meine leiblichen Eltern insoweit gar nicht. Ich habe zu einem späteren Zeitpunkt erst meine leibliche Mutter kennengelernt. Aber meinen Vater, sozusagen meinen Erzeuger, den kenne ich überhaupt nicht. Und wie war das, als du deine Mutter kennengelernt hast? Wie hast du, haben sie dir das gesagt, wer sie ist? Konntest du da einfach selber dich bei ihr bemerkbar machen? Ach nee, du hast gesagt, du warst auch noch klein, ne? Ich war noch klein zu dem Zeitpunkt und das war damals eine verdeckte Adoption. Das heißt, da musste ich tatsächlich über das Jugendamt gehen. Also das war für mich nun sehr aufregend, diesen Menschen dann kennenzulernen. Und ich kann das einfach nur bestätigen. Also man hat da eine oberflächliche Beziehung, aber das ist bei mir jetzt auch so gewesen, dass das nie tief reingegangen ist. Da war dann doch die Verbindung zu meiner Adoptivfamilie wesentlich stärker. Das ist schön. Und also wie gesagt, man hat einen losen, lockeren Kontakt. Aber das hat jetzt nicht, oder es ist nicht so umgekippt, dass man sagt, man hat da jetzt die großen... Also du warst nicht Feuer und Flamme, als du sie gesehen hast? Nee, das ist so nie aufgekommen. Mhm, okay. Also... Ja, und deine Adoptiveltern, gab es da auch noch eigene Kinder, oder? Ja, ich habe eine Schwester, die ist Leipzig, aber das hat der ganzen Sache so keinen Abbruch getan. Also ich habe zu dir ein super gutes Verhältnis heutzutage und ich möchte sie nicht vermissen. Und deine Eltern, deine Adoptiveltern leben noch? Die leben beide noch, sind inzwischen aber auch getrennt. Da warst du aber schon erwachsen, oder? Ja, da war ich so 30, als die sich getrennt haben. Also du brauchst es jetzt nicht entscheiden, bei wem du bleibst. Nein, nein, das musste ich nicht. Das ist zu dem Fall tatsächlich nicht mehr. Ja, aber du siehst, es geht auch so. Aber ich erlebe das ja immer wieder, dass die Leute ja einmal ihren leiblichen Vater oder ihre leibliche Mutter sehen wollen. Das ist ja auch in Ordnung, dass sie dann auch eben entscheiden können, stimmt sich in mir oder nicht. Genau. Also ich finde es grundsätzlich schade, dass ich halt meinen leiblichen Vater bisher nicht kennengelernt habe. Meinst du denn, dass er noch lebt? Das kann ich nicht. Also ich vermute mal ja, aber ich weiß halt nichts über diesen Mann und ich bekomme da auch keinerlei Informationen. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, weil ich würde es zumindest gerne die Gelegenheit haben, ihn einmal kennenzulernen. Würden deine Eltern das denn unterstützen? Fänden die das gut? Ja, also ich sage mal so, ich weiß, dass ich damals mit denen darüber gesprochen habe, dass ich halt meine leibliche Mutter suchen möchte und das auch sehen werde. Natürlich waren sie im ersten Moment erstmal ein bisschen geschockt, aber im Nachhinein haben sie es absolut verstanden und nachvollzogen. Du hast keine Anhaltspunkte, wo du deinen Vater finden kannst? Nein, leider nicht. Müsste denn heute im Zeitalter von Internet und so, kann ich mir das sehr schwer vorstellen. Jugendamt hast du sicher versucht? Jugendamt habe ich versucht, der Name des Vaters ist nicht angegeben, der ist insoweit auch nicht bekannt und ja, für mich nicht zu ermitteln. Also hat er quasi damals die Vaterschaft nicht anerkannt? Das kann ich nicht sagen. Also ich habe mal einen Fall gehört, da hat eine Frau auch, glaube ich, ihre Mutter gesucht und da hat sie, also da in dem Ort, wo sie geboren ist, sie war irgendwie hier Hannover Landkreis, kleinere Ort, da hat sie den Pfarrer gefragt und da gab es so, die hatten so Kirchenbücher, wo irgendwas so eingetragen war, aber ich glaube, das ist dann mehr bei der Mutter als bei dem Vater, ne, wahrscheinlich. Ja, aber ich habe ja selber in meiner Familie auch solche Sachen, also ich bin nicht adoptiert, aber meine Mutter war adoptiert und das erzähle ich dann gleich nochmal weiter. Ja, ich will erst nochmal mit dir jetzt kurz reden. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Ich bin 50. Du bist 50? Okay. Und zu wem hast du das bessere Verhältnis von deinen Adoptiveltern? Zu meinem Vater, definitiv. Wie ist das denn gekommen, wenn die schon eine Tochter, ist deine Schwester jünger oder älter? Die ist älter als ich und man hat meine Adoptivmutter damals wohl ans Herz gelegt, nicht noch eine zweite Geburt sozusagen zu haben, weil es wohl gesundheitliche Risiken gab. Okay. Und ja, also war das nicht irgendwie komisch, dass du, ach so, ja, jetzt habe ich Entschuldigung, Herr Faden verloren, der Hund ist ja jetzt auf Tournee, der ist jetzt hier nicht mehr im Studio. Ich hoffe, es geht ihm gut. Sag mal, das wollte ich jetzt gerne nochmal von dir wissen. Wie hast du denn, also sie haben dir das erzählt oder hast du das gemerkt oder du warst ja noch, was hast gesagt, sieben oder so. Hat das damit zu tun gehabt, dass du zur Schule gekommen bist? Haben sie dir dann gesagt, wir sind nicht deine richtigen Eltern oder wie? Nee, das hat man mir erzählt, als ich zehn Jahre alt war. Das kam eigentlich mehr durch einen dummen Zufall raus, als dass es sozusagen tatsächlich beabsichtigt gewesen wäre. Das ist ja oft so, ne? Genau. Und natürlich war es für mich zu dem Zeitpunkt erstmal ein Schock und ich habe das tatsächlich ein bisschen gebraucht, ich das irgendwie so für mich verarbeitet hatte. Aber im Nachhinein, ja, kann man da jetzt anklagen oder nicht anklagen, wann ist der richtige Zeitpunkt da? Genau. Um jemandem so etwas mitzuteilen. Ich denke mal, sie haben da nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und also ich bin da mit mir im Reinen und mache da keinen Vorwurf draus in einer Art und Weise. Da müsste man jetzt nur nochmal recherchieren, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, den Vater nochmal zu sehen, damit das irgendwie dieses Kapitel geschlossen werden kann. Genau. Du sagst ganz genau, das Kapitel ist insoweit nicht geschlossen. Ja. Also, okay. Ich finde es toll, dass du angerufen hast und das hier erzählt hast. Und hoffentlich hast du jetzt auch welche ermutigt, da auch nochmal drüber zu sprechen. Und dann drücke ich dir die Daumen. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder, ne? Ja, vielen Dank. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist natürlich auch nicht so einfach, das hier so zu erzählen, aber sie wird ja nicht gesehen, sie kann ja anonym sein. Aber interessanterweise, also ich selber, also meine Mutter war adoptiert, die ist ja schon ganz lange tot. Das war ja zu einer Zeit, sie war wohl unehelich, Vater genau, wissen wir nicht. Da gab es zwei Varianten, will ich jetzt hier nicht ausdehnen. Aber durch eine Cousine, die sich mal dann gemeldet hat, hat meine Mutter dann eben auch nach ihrer leiblichen Mutter, hatte sie gesucht, hat dann diese Cousine irgendwie kennengelernt. Genau war sie auch nicht. Ich war ja da noch Kind. Und dann wollte sie da unbedingt die Frau sehen, also meine leibliche Oma. Und sie war da mit meiner jüngeren Schwester schwanger und wir beide sind dann nach Hamburg gefahren. Ich habe das gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so verstanden, was das jetzt für eine Frau und was sie da wollte. Und ich hatte ja eine Oma, also die Adoptivoma, die wohnte im Sauerland, in Altenahr wohnte die. Und da waren wir auch in den Ferien und das war für mich eigentlich meine Oma. Und dann bin ich mit meiner Mutter nach Hamburg gefahren und das war auch ein einmaliges Erlebnis. Also wir standen da so in der Küche, ich kann mich noch genauer erinnern, und dann hat sie mir eine Banane gegeben. Also ich war knapp sieben, also meine Schwester war unterwegs und das war das einzige Mal. Also wir haben da nicht drüber gesprochen, ich habe sie natürlich auch nicht gefragt. Ich habe es ja selber kaum verstanden. Aber interessanterweise muss das dann auch wohl so ein Erlebnis gewesen sein, so das war es. Also das war einfach, ja sie hat, aber mit der Cousine hat sie lange noch Kontakt gehabt. Und ich habe sogar auch noch mit der Tochter von der Cousine, ist ja meine Großcousine, die lebt in den USA. Wir haben auch noch Kontakt, das ist die einzige weibliche Verwandte mütterlicherseits. Die anderen kennt man ja nicht, aber das war eben auch ein Erlebnis, das hätte man sich schenken können. Aber meine Mutter war zufrieden, dass sie es eben einmal herausgefunden hatte und sie die einmal gesehen hatte. So, das habe ich jetzt erzählt und es ruft keiner an, das geht ja gar nicht. Rufen Sie doch mal an unter Hannover 36 70 170. Und Sie können ja anonym bleiben und mir Ihre Geschichte erzählen. Sie können mir auch irgendeine andere Geschichte erzählen, wo Sie vielleicht mal so einen kleinen Ratschlag haben wollen oder wo Sie in der Sackgasse sind. Und man weiß ja, dass man anderen immer gute Ratschläge geben kann. Es ist ja nicht unbedingt, muss keine große Geschichte sein, aber vielleicht auch, wir haben ja dieses Thema jetzt abgeschlossen. Wir wollen das ja nicht über mehrere Sendungen ziehen. Aber das war mir nochmal wichtig, also angeknüpft an der anderen Sache, da mit den erwachsenen Zwillingen. Und ihr könnt mir jetzt aber gerne auch irgendeine andere Geschichte erzählen oder mir sagen, wie es euch gerade beruflich geht. Ob ihr zufrieden seid, ob ihr mal eine neue Herausforderung braucht, etc. Wir haben ja jetzt am 21. März, das ist ja nun nicht mehr lange, das sind ja glaube ich elf Tage von jetzt an. Und dann haben wir ja Frühlingsanfang und nicht nur das. Ich habe heute auch im Fernsehen sowas gesehen, über verschiedene Kalender, julianischen Kalender, geolianischen Kalender, astrologisch und so weiter. Da beschäftigen sich ja viele nicht mit. Aber wenn man mal ein Horoskop liest, dann weiß man ja, dass das Horoskop nicht mit Januar, mit dem Sternzeichen Steinbock anfängt, wie es ja sein müsste. Sondern mit Widder und Widder fängt ja jetzt am 21. März an und dann haben wir ein neues Jahr. Es gibt auch in verschiedenen Ländern am 21. März Neujahr. Wäre ja auch viel schöner gewesen, Frühlingsanfang, wenn dann die Krokusse schon mal durch den Schnee kommen. Das ist ja schöner als am 31. Dezember. Aber gut, da kann man nichts dran machen. Der Kalender stimmt nicht. Und alle, die jetzt so in den ersten fast drei Monaten Stress hatten irgendwie und wo es nicht so gut lief, kann ich jetzt mal sagen, es wird jetzt generell für alle besser. Da könnt ihr euch jetzt guter Hoffnung sein, dass dann alles wieder ein bisschen einfacher wird. Jetzt die Tage ist ja wieder sehr viel passiert, viele schlimme Sachen. Und ich wünsche mir natürlich auch sehr, dass das mit dem neuen Jahr, mit dem Jupiterjahr dann auch ein Wendepunkt ist. Dass wir von Saturn, das ist so die Bremse und auch so ein Stagnation und dann kommen wir in eine bessere Phase. Und alle, die Jupiter sind, das werde ich dann nach diesem Jahreswechsel auch hier nochmal erzählen. Das kann man sich nämlich ausrechnen. Jupiter hat nämlich die Nummer 3. Das heißt, 3, also zum Beispiel 12, hier spuckt es, 12 wäre auch die 3. Also die Quersumme muss die 3 sein. 12, 21 oder direkt die 3 oder die 30, dann nimmt man die 0 weg. Wer aus seinem Geburtsdatum so ausrechnet jetzt, also sagen wir mal beispielsweise 25.06.1973. 73, das weiß ich aus dem Kopf, das ist Jupiter. Da gibt es ja so Listen, die habt ihr jetzt nicht. Aber das mit der Quersumme könnt ihr natürlich gerne selber machen. Wenn man dann alles addiert und hat eben die 3 oder die 21 oder was noch die 3 ist, dann hat man einen Umbruch ab Frühjahr. Und dann werden sich viele Sachen von selber verändern, wo man vielleicht die ganze Zeit dachte, oh Gott, ich möchte jetzt mal irgendwie, es muss mal weitergehen. Also keine Sorge, wer die 3 hat, wer Jupiter ist und eben diese Jahrgänge, kann ich ja auch mal eben sagen. Also 73 und dann 7 zurück wäre, was wäre das denn jetzt, 66, ne? Und dann immer, machen wir mal so, fangen wir mal an mit 66, das war ein Jupiterjahr und dann immer 7 Jahre vor und 7 Jahre zurück. Wenn ihr das so ausrechnet, dann wisst ihr, bei euch wird ein bisschen was Neues passieren. Umbrüche sind natürlich nicht immer toll, es gibt auch Umbrüche, wo man jetzt mal ein bisschen gezwungen wird, etwas zu verändern. Der Mensch hat ja eine angeborene Angst vor Veränderung und manchmal muss man ja auch zu seinem Glück gezwungen werden. Und also so ein Umbruch ist immer so zweigeteilt. Meistens das erste halbe Jahr ist so ein bisschen stressig. Aber ganz ehrlich, meine Lieben, ohne Stress werden wir nichts verändern. Wenn alles toll ist und man ist zufrieden, ist privat glücklich, hat einen guten Job, verdient gutes Geld, dann braucht man nichts zu verändern. Aber wenn man meint, es geht nicht mehr weiter, dann ist meistens bei so einem Umbruch das erste halbe Jahr so sehr stressig. Wo ich da manchmal ganz gemein bin und zu den Leuten sage, dir geht es wohl noch nicht schlecht genug, du musst jetzt mal was ändern. Und das zweite Halbjahr, das ist dann meistens schon so, dass man vielleicht schon woanders angefangen hat oder dass man jetzt schon sich getrennt hat oder jemanden kennengelernt hat. Und dann kommt die positive Hälfte und die geht ja dann immer noch ins nächste Jahr rein. Also nicht bis zum 31.12., wie man annehmen sollte, sondern die geht ja dann bis zum 21. März wieder. So, jetzt habt ihr ein bisschen Input, da könnt ihr euch jetzt mal selber ein bisschen das ausrechnen und motivieren. Und ich hoffe, dass jetzt mal jemand anruft, ganz egal zu welchem Thema. Ich habe mir überlegt, ich hatte ja jetzt die letzten Sendungen auch immer so ein bisschen schwierige Themen. Ich weiß also vom Feedback her, dass sehr viele zuhören oder zuschauen, besser gesagt. Und das sind ja nicht dieselben, die anrufen. Ich meine, ich kann es ja verstehen, wir sind ja hier in Hannover und wir sind ja hier nicht weltweit so, dass man, man wird ja dann vielleicht auch mal an der Stimme erkannt. Da haben manche Probleme mit, das verstehe ich auch. Deswegen könnt ihr mir ja auch eine E-Mail schicken unter silko, wie ich geschrieben werde, s-y-l-k-o-silko-at-silvie-kollin.de Und dann habt ihr ja gehört, kann ich das auch vorlesen und eben meinen sozusagen Senf dazu geben. Ach, da kommt jetzt Nelly wieder. Komm mal her, Nelly. Ja, das ist auch nicht Ihre Uhrzeit unbedingt. Naja, auf jeden Fall, so ist das mit den Umbrüchen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich hatte jetzt diese schwierigen Themen, werde ich auch immer mal wieder nehmen, weil das sind ja auch die Themen aus dem Leben. Ich möchte irgendwann auch mal über Seitensprünge reden, über Affären und so weiter. Aber jetzt denke ich, die letzten Male haben wir jetzt genug ernste Themen gehabt. Komm hier in deine Tasche, Nelly, komm. Ich habe auch genug ernste Themen gehabt und würde dann auch mal, wenn es zum Frühling hingeht, von euch wissen, was ist euer Lieblingsplatz in Hannover. Also es gibt ja außer Maschsee und was gibt es noch, Maschsee, Herrenhauser Gärten, gibt es ja noch ganz viele andere Sachen. Irgendwelche solche Stadtfriedhöfe, zum Beispiel am Linderberg und so. Und da würde ich gerne von euch mal wissen, was findet ihr besonders schön in Hannover und auch gibt es vielleicht ein spezielles Erlebnis dazu. Dass wir das mal so ein bisschen auf die Leichte machen. Wir haben ja jetzt tatsächlich so Themen gehabt, wo die Leute sich halt auch nicht so trauen. Aber ich denke, dass es trotzdem interessant ist für die, die also, sagen wir mal jetzt so ähnliche Schicksale haben und die dann eben auch so hören, wie andere damit umgehen. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man eben auch Denkanstöße gibt und jetzt geht Nelly in die Tasche. Das ist schön, das machst du richtig. Geh mal rein. So. Jupp. Ja, könnt ihr in der Lisee? Nee, jetzt hat sie sich verbuddelt. Jetzt hat sie, glaube ich, auch Schlafenzeit. Jetzt buddelt sie erst mal. Naja, dann soll sie ein bisschen buddeln. Alles klar. So, ich warte auf eure Anrufe unter Hannover 36 70 170 oder wenn ihr jetzt was interessant fandet an diesen beiden, also es war ja diese E-Mail und die Melanie. Die Melanie hat ja das auch sehr gut erzählt. Wenn ihr da noch was zu sagen wollt, könnt ihr gerne jetzt machen. Sonst könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Ja, also dann haben wir dieses Thema auch durch. Es ist also, ich weiß es manchmal nicht, ob, das ist auch meine Frage, ist es wirklich so wichtig? Ich habe das Thema ja auch genannt, muss es der leibliche Vater sein? Es hört sich ein bisschen komisch an. Viele werden natürlich sagen, na klar muss es der leibliche Vater sein. Aber ich habe das jetzt ja so ein bisschen provokativ gewählt, weil es ist ja manchmal auch so, dass die Chemie, da weiß man ja sowieso nicht, wie das manchmal in der Familie so zustande kommt. Es gibt ja Leute, die erzählen mir, meine Schwester, die, vielleicht ist die vom Postboten, ne? Spaß das halber, jetzt mal, ne? Weil manche sind so verschieden. Und das ist immer so, ich denke schon, dass es wichtig ist, zu wissen, wie sind die Zusammenhänge und wo, wie ist die Konstellation, wer ist der leibliche Vater? Aber die Frage, muss er das sein, die habe ich ja einfach daraus entnommen, wie gesagt, von dieser Dame am letzten Donnerstag, dass es manchmal, ja, besser ist, man, und ich denke auch, unter Schulbeginn, habe ich ja auch schon mal gesagt, dass die Kinder, also Väter jetzt mal Ohren nach innen, aber die Kinder unter Schulbeginn, die lieben auch irgendeinen, der kommt, der sich mit ihnen beschäftigt. Das ist, da kommt dann auch ein Zugehörigkeitsgefühl. Ich glaube, dass einem Kind zwischen, also bis fünf oder sechs Jahren das egal ist, ob das jetzt der Erzeuger ist oder ob der jetzt nett ist, was mitbringt und mit mir spielt, ne? Also deswegen habe ich so dieses Thema gewählt, aber ich sehe schon, ihr traut euch da nicht so richtig, ne? Ja, also ich hatte ja vorletztes Mal Martin Jürgensmann mit hier, der ist ja jetzt Chance bei NDR 1, früher war er ja Rahner von Sigi und Rahner, uralte Comedy, sehr bekannt in Hannover, sehr beliebt gewesen, er spricht ja dieses Hannövers, nach dem 18 und so. Und da haben ja auch einige Leute geguckt und auch geschrieben, dass sie das toll finden, weil wir haben ja früher zusammengearbeitet, wir machen ja auch noch unsere eigene Show und haben viele geschrieben, dass es sehr unterhaltsam war und dass es ganz gut war. Und deswegen, ich nehme ja jedes dritte Mal einen Talkgast, hier laden wir einen Studiogast ein, das heißt H1 lädt den dann ein. Und da habe ich jetzt demnächst eine Dame, die ist Schirmherrin von einem Verein hier in Hannover. Und da machen wir das dann, werden wir da mal ein bisschen drüber reden, was man so machen kann. Und es gibt ja sehr viel und wenn ihr da Anregungen habt, wo man jetzt, ich hatte ja in der ersten Sendung oder was, war es nicht die erste oder die zweite, es geht ja jetzt sehr schnell, da hatte ich ja das mit der Einsamkeit oder Langeweile im Alter. Und da haben wir ja nun auch schon, da habe ich auch Feedback gekriegt, da haben wir auch Vorschläge gemacht. Und dann habe ich ja, wir fangen ja immer mit meiner To-Do-Liste an. Aber es haben mir auch Leute bestätigt, die gesagt haben, also es ist schon sehr wichtig, eine Struktur zu haben. Weil es ist so, es ist ja, wir sind in so einer schnelllebigen Zeit, aber trotzdem, wenn man so allein ist und älter ist und vielleicht schon das eine oder andere Wehwehchen hat, dann geht das nicht mehr so, klappt das nicht mehr so. Aber ich denke, das ist auch jetzt das, wo ich hier als Talkmasterin meine Aufgabe sehe, ein bisschen Denkanstöße zu geben, was die Leute so machen können und wie die, ja, ihre manchmal doch ein bisschen traurige Zeit rumkriegen. Und ich glaube, wir haben jetzt gleich wieder jemand in der Leitung, ja, das ist die Birgit, da bin ich gespannt. Ich muss mal gucken, frisst du jetzt die Tasche an? Nein, hast du deinen Knochen wieder gefunden? Ja, Nelly, das ist ja Premiere für Nelly, die wird ja vielleicht mal öfter wiederkommen. Dann muss ich auch erst mal einleben, ist ja klar. So, ich habe ja auch mal so eine Kolumne gehabt mit dem Dackel an der Leine, also an der Leine, doppelt Hannover an der Leine. Mit so einem Dackel kann man viel machen. Und jetzt haben wir die Birgit. Hallo Birgit. Bist du da? Hallo. Ja, hallo, grüß dich. Ja, ich habe gedacht, ich rufe nochmal an, obwohl ich eine normale Familie hatte. Das soll es ja auch geben, eine normale Familie, finde ich ja nicht schlecht. Ich habe mir nämlich immer gewünscht, dass meine Eltern eventuell getrennt sind. Ach, also doch gar nicht so eine normale Familie. Dass ich mal da und mal da hinfahre. Ich hatte nämlich in der Klasse, in der Schulklasse, hatte ich also einige Mitschüler, wo die Eltern getrennt waren. Und die haben das eigentlich immer sehr gut gehabt. Ja, ja, wie war es? Ja, ja, da waren wir bei Papa und dann hat er Geschenke gemacht. Und dann Kino und dann Burger essen und so weiter, Pommes. Und das war bei dir nicht. Du bist nach Hause gekommen und alles war normal. Richtig. Also normal Mutter, Vater zu Hause, Harmonie und Streit. Also alles gab es natürlich auch. Aber ich habe mir als Kind immer gewünscht, wie toll das doch wäre, wenn ich irgendwie zwei Mütter, zwei Väter hätte. Und dann vier Omas und vier Opas. Ich hätte das als Kind toll gefunden. Ja, ich hatte auch drei Omas. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die das immer so toll finden. Ich habe ja vorhin erzählt, oft ist es ja auch so, dass die Väter gar nicht so die Zeit haben und dass dann auch Sachen gemacht werden, nur um keinen Stress zu kriegen, wegen Sorgerecht und was es da alles gibt, dass man sich dann einfach bemüht, irgendwas zu machen. Aber in der Regel, das habe ich auch sehr oft schon gehört, dass ja auch die Väter, die werden ja heute sauer auf mich sein, weil die habe ich heute am Wickeln. Aber es gibt ja auch Väter mit schlechtem Gewissen und dann gibt es dann noch ein besonderes Geschenk on top. Ja, das kann natürlich gewesen sein. Aber als Kind sieht man das ja ganz anders. Weil es bei mir halt eben so normal war, bei den anderen nicht normal, fand ich das natürlich toll. Und hast du denn Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Und zu der hast du auch noch Kontakt? Nein, zu der habe ich keinen Kontakt. Wir sind fünf Jahre auseinander, zu 100 Prozent verschieden und das hat sich auseinandergelebt. Ja, das mit den verschiedenen Geschwistern ist ja auch so eine Sache, ne? Also da habe ich auch, ich weiß auch nicht, wie das kommt, dass sie da alle so, meistens sehen sie sich ähnlich, aber sie sind sich nicht ähnlich, ne? Aber sag mal... Also wir haben uns gar nicht ähnlich gesehen, null. Ich dunkle Haare, sie helle Haare, ich locken sie, keine Locken und Größenunterschiede, alles unterschiedlich. Und warum hast du keinen Kontakt mehr mit ihr? Wir sind in unserer Denkweise zu 100 Prozent unterschiedlich. Das passt einfach nicht. Das gibt immer nur Konfliktpotenzial, hat es also auch gegeben. Es hat auch mehrmals gerumpft und immer wieder Vereinigungen. Aber irgendwann muss man also einen Schlussstrich ziehen. Entweder will man damit leben, mit den ewigen Konflikten oder man sagt, ich lasse es. Ja, aber jetzt muss ich natürlich auch mal da einschreiten und sage, du hast eben eine glückliche Kindheit gehabt, eine richtige Familie. Bei dir waren keine Trennungen, kein Papa macht am Wochenende das mit mir und bringt mich dann wieder nach Hause. Und trotzdem hast du jetzt keinen Kontakt zu deiner Schwester. Da ist ja dann doch auch irgendwas ein bisschen schief gelaufen. Ja, das kann durchaus möglich sein. Also das heißt Klartext, also ich suche jetzt nicht nach was bei dir, aber das heißt ja Klartext auch, glückliche Familie gibt es vielleicht nicht so richtig. Oder man könnte sagen, es ging euch zu gut und da seid ihr dann also doch irgendwie, ja habt ihr das Glück herausgefordert und das lief dann doch nicht so. Kann man auch sagen. Ja, vielleicht auch so, genau. Bist du denn verheiratet? Ich war verheiratet, mein Mann ist gestorben. Okay. Und jetzt bist du sozusagen, ich mag das Wort ja nicht so gerne, aber du bist allein lebend, ne? Ja, genau. Hast du ein Kartenspiel? Ich habe kein Tier, nein. Das ist aber schade. Jetzt wollte ich endlich mal wieder ein bisschen so die Karten ins Spiel bringen. Aber du hast keins hier, bist du nicht zu Hause, oder was? Doch, ich bin zu Hause, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich habe. Ich besitze eins, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich eins liegen habe. Das ist schade. Hast du eine sehr große Wohnung, oder könntest du mal eben gucken? Ich könnte ja in der Zwischenzeit... Ich könnte mal eben gucken. Ich könnte ja in der Zwischenzeit auch durchaus weiterreden, ne? Ja, genau. Oder ich könnte mir mal selber eine... Ich könnte in der Zwischenzeit mir mal selber eine Karte ziehen. Ich habe nämlich ganz viel vor in der nächsten Woche. Und dann ziehe ich mir mal selber eine... Oh ne, die ist ja schwarz. Also die ist... Das hat was mit Tränen zu tun. Jetzt ziehe ich einfach nochmal eine. Das ist auch eine schwarze, aber das ist die Reisekarte. Und ich fahre nämlich nächsten Mittwoch weg. Und ich kann mir schon vorstellen, weil das ist Richtung NRW. Und dann habe ich diese Kreuz 10 und die Kreuz 10 und die Kreuz 7. Das wird wahrscheinlich eine anstrengende Reise. Entweder Stau oder irgendwo Streik oder sowas, ne? Hast du schon gefunden, die Karten? Nee, ich habe ja Kartenspiele schon gefunden. Oh Gott, das ist ja furchtbar, ne? Also du kannst ja einfach eine Karte rausziehen. Wenn das jetzt so ein Rommyspiel oder irgendwas anderes ist, dann ziehst du einfach noch eine. Ist ja nicht so schlimm. Ja. So eins habe ich. Ja, dann zieh mal. Ja. Weil wir wollen ja jetzt mal gucken, was bist du denn für ein Jahrgang? Bist du auch Jupiter oder was bist du? Nein, ich bin Jahrgang 60. Dann bist du Mars. Okay, das ist dann nächstes Jahr. Also jetzt 21. März ist ja, ich bin ja noch in 22, ganz kurz jetzt. Und dann kommt ja Jupiter und am 21. März 24 kommt Mars. Und dann bist du wieder durch sieben teilbar. Und dann möchte ich jetzt eine Karte haben. So, ich habe die Herz 10. Ja, ist ja die Hochzeit, aber es muss nicht deine eigene sein. Aber das heißt ja so Happy End. Also wenn ich jetzt mir überlege, dass du, ja, wie alt wirst du nächstes Jahr? Äh, ich werde dies Jahr 63. Ja, aber das zieht sich ja durch die Verschiebung, Kalenderverschiebung hin. Und 63 ist ja auch durch sieben teilbar, ne? 49, 56, 63. Und mit der Herz 10, das sieht sehr gut aus. Kannst du noch mal eine ziehen? Ja. Die Karo 10. Boah, Geld. Also Liebe und Geld, das ist ja nicht schlecht. Dann hätte ich jetzt gerne noch die Pik 10. Das wäre dann noch ein bisschen Arbeit. Oder kriegst du das Geld, ohne zu arbeiten? No, wollen wir mal gucken. Oh nein, die Pik 7 habe ich. Okay, dann machen wir jetzt noch mal eine on top, weil diese Pik 7, die ist, ähm, ja, die ist jetzt auch nicht schlimm, aber auch Verzögerungen, ne? Also noch ist das ja auch nicht da. Ich habe ja gesagt, dass es jetzt erst noch mal ein Jahr dauert, bis diese Veränderungen kommen bei dir. So, dann habe ich den Karo König. Das ist einmal Arzt oder so Steuerberater, Rechtsanwalt, da hast du irgendwas mit zu tun. Aber das ist jetzt nicht schlimm, weil das ist einfach eine Person in einer gehobenen Position, die dir behilflich ist. So, wir haben jemanden in der Leitung. Du ziehst schnell noch mal eine. Eine ganz schnell noch? So, das ist der Herzbube. Ja, das verwechselt ja viele, die denken, oh, wow, der Herzbube, das muss ja der Herzkönig sein. Aber eins sage ich dir schon mal, ne? Du wirst ja dann 63, aber den, den du kennenlernst, der ist mindestens 10 Jahre jünger. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Nimmst du, ne? Ja, nehm ich. Okay, Birgit, dann machen wir mal Schluss. Ich freue mich, dass du das erzählt hast mit der Hallenfamilie. Das beruhigt uns alle auch sehr. Und Birgit, dann alles Gute und vielen Dank für den Anruf. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, jetzt muss ich mal eben nach Nelly. Nelly ist jetzt im Tiefschlaf. Das finde ich auch schön. Sie hat sich jetzt hier ins Studio eingewöhnt. Dann darf sie auch mal wieder mit. So, dann haben wir jetzt jemanden in der Leitung. Das ist Norbert. Ja, gut. Dann könnte ich den ja mal fragen, was er für Probleme hat. Norbert? Ja, hallo. Hallo. Was hast du für eine Geschichte zu erzählen? Ja, ich bin 62 Jahre alt. Und ich habe seit dem 8. Lebensjahr Morbus Bechteriff. Ja. Verschleifung der Böseule. Mhm. Ich habe in meinem Leben 40 Orthopäden ungefähr hinter mir. Keiner hat was getaucht, wirklich. Mhm. Ich habe 24.000 bis 26.000 Tabletten in meinem Leben geschluckt. Oh Gott. Das letzte Medikament, was ich gekriegt habe, war Morphium. Das habe ich nicht mehr genommen. Davon kann man abhängig werden. Wie geht es dir jetzt aktuell? Bitte? Das ist schlecht. 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 Ich habe mein Leben lang schon Schmerzen. Was hast du für Schmerzen? Ich habe mein Leben lang schon Schmerzen. Ah ja, okay. Und ich finde einfach kein... Ich höre dich ein bisschen schlecht gerade. Ja, ja, okay. Ich finde auch keinen vernünftigen Arzt, der mir irgendwie helfen kann. Und ich habe auch... Du bist aus Hannover? Ja, ja. Werte. Und MHH warst du wahrscheinlich, ne? Ich war in verschiedenen Kliniken und habe alles nichts gebracht. Ja. Und es ist auch so, mittlerweile, sage ich jetzt mal, dass ich auch so eine graue Summe an Bier trinke, ja. Und damit ich schlafen kann, weil... Ja, okay. Aber das verträgt sich ja mit den Tabletten nicht, ne? Ich nehme ja keine Tabletten mehr. Ach, du nimmst jetzt gar keine mehr? Ich nehme seit 70 Jahren überhaupt keine Medikamente mehr. Aber seit wie vielen Jahren nimmst du keine mehr? Bitte? Seit wie vielen Jahren nimmst du keine Medikamente mehr? Seit 17 Jahren. Ja, aber Norbert, in der Zwischenzeit hat sich doch sehr viel getan. Es ist doch sehr viel... Es gibt sehr viel neue Medizin und es gibt ja auch... Nein, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, das hat dir nichts getan. Ich war vor drei Jahren bei einer Ärztin da, wo ich wohne. Und die hat so eine Lunge abgehört und die hat meine Lunge von vorne abgehört. Ja. Und da habe ich gefragt, warum sie meine Lunge von vorne abhört. Weil normalerweise tut man die Lunge von hinten abhören. Ja, vom Rücken her. Und da hat sie gesagt, ja, nee, ich tue von vorne die Lunge abhören. Und seit wann rauchen Sie? Rauchen Sie? Ich sage ja, ich rauche. Seit wann rauchen Sie? Ja, seit dem 11. Lebensjahr. Und da hat sie gesagt, ja, Ihre Lunge ist aber noch wunderbar frei. Ja. Und ich rauche 50 Zigaretten am Tag. Ja, ich muss dich jetzt mal unterbrechen. Es ist jetzt natürlich keine Arztsprechstunde und ich werde mir auch nicht... Ich werde jetzt auch nicht irgendwas gegen irgendwelche Ärzte sagen und ich kann dir auch natürlich nicht sagen, was du machen sollst. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn du jetzt gut vor drei Jahren warst, so bei einer Untersuchung, aber drei Jahre ist in diesem Bereich Medizin auch schon wieder eine lange Zeit. Es kann viel überholt sein. Ich würde an deiner Stelle nochmal für ein, zwei Tage ins Krankenhaus gehen, einen Generalcheck machen und natürlich muss ich dir sagen, ich werde dir jetzt nicht sagen, was du zu machen hast oder dich kritisieren, aber rauchen und trinken ist... Ich verstehe das, dass du nicht schlafen kannst und dass du Schmerzen hast, aber es ist jetzt nicht das, was hilft. Natürlich nicht, das ist nicht die Lösung, aber Norbert Blechseriff ist nicht heilbar. Man hat das, also wenn man das hat, hat man das sein Leben lang. Ja, es gibt aber viele Krankheiten, die nicht heilbar sind, zum Beispiel Blutus oder sowas. Und die werden aber auch mit Medikamenten, wenn man gut eingestellt ist, dass es einigermaßen lebenswert ist und da finde ich an, dass du das nochmal wirklich... Ich habe dich jetzt die ganze Zeit gedust, ich denke, es ist okay, ne? Ja, klar. Ich sage mir mal dein Geburtsdatum, bitte. 1867. Achte, siebte, 1960. Auch Mars hatten wir ja gerade auch. Mars ist natürlich der Gott der Krieger. Du bist eigentlich ein Kämpfer. Und 15, 25, 31. Aber du hast auch eine Mondkonstellation und bist auch ein unruhiger Geist. Du hast auch ab nächstes Jahr, also nicht jetzt hier in 23, sondern in 24, hast du auch Veränderungen. Und ich kann dir nur, also dann bist du ja auch in diesem Modus, dass du ja durchsieben teilbar bist und vielleicht wird sich da nochmal was verändern. Nein, also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ich würde nochmal eine Untersuchung machen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Und dann kann ich dir nur die Daumen drücken. Ich bin immer so, dass ich denke, irgendwie geht noch was. Naja, ich kann halt kaum noch laufen und so. Also das geht von der Hüfte ab bis in die Füße rein. Und das ist ja nun gerade mal, der Bewegungsapparat auch laufen zu können. Und das wird immer schwieriger. Naja, egal. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zuhört haben. Du kannst mich auch duzen. Ich freue mich, wenn ich dir ein bisschen... Ich danke dir, ich sehe mich am Fernsehen. Du bist eine tolle Frau, ja. Sag ich jetzt mal so. Das, was ich jetzt sehe. Und ja, danke dir, dass du mir zuhört hast. Alles Gute und bitte gib nicht auf. Kümmer dich nochmal um eine Untersuchung oder vielleicht Schmerztherapie oder nochmal in eine Klinik, wo Sie nochmal alles durchgehen. Gut ist es nicht heilbar, aber vielleicht haben Sie ja was zur Erleichterung. Alles klar. Ich danke dir recht schön und wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, das ist natürlich für mich... Ich werde da natürlich nichts zu sagen, richtig. Ich denke, ich habe ja was gesagt, aber das ist auch meine Meinung. Ich bin da auch immer ehrlich. Ich rede auch nichts schön, aber letztlich steht es mir auch gar nicht zu. Ich habe nicht Medizin studiert. Ich habe auch nicht Psychologie studiert, aber das kann ich ganz gut. Das habe ich vielleicht in meinem ersten Leben gemacht. Weil wenn man 33 Jahre Leute berät, beziehungsweise etwas in den Karten sieht, wodurch ein Gespräch entsteht, was sie machen können und was man dafür... Dann hat man ja schon so ein bisschen... Das ist noch was anderes, aber jetzt irgendwelche Tipps für Gesundheit und beziehungsweise gegen Krankheiten zu geben, das werde ich nicht machen. Aber ich glaube, da haben wir jetzt noch jemanden. Jetzt geht es ja noch mal los, kurz zum Schluss. Ah, Karin, die hat was ganz anderes zu erzählen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das lockert das hier noch mal ein bisschen auf. Ist sie schon in der Leitung, die Karin? Hallo, Karin. Ne, haben wir noch nicht. Hallo? Ja, hallo. Ja, hier ist die Karin. Ich hatte letzte Woche schon mal angerufen. Und was hast du uns da erzählt? Da hatte ich das ja erzählt von meiner Freundin und wo du mir geraten hast, ich soll mal loslassen und so weiter. Ah, okay. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Darüber möchte ich aber im Moment nicht mehr sprechen. Hast du denn losgelassen? Ich hatte Lieblingsplätze in Hannover. Hast du denn losgelassen von der Geschichte? Ja, ich habe losgelassen. Du hörst dich auch sehr frisch an heute. Ja, ich wollte mal nicht so weinerlich sein. Ja, es passiert mir auch manchmal. Das ist so eine Veranlagung. Aber was so Emotionen zu zeigen, ist ja nichts Schlimmes. Nein. Du hast einen Lieblingsplatz in Hannover. Ja, ich habe mehrere. Also das hängt mit Hannover, Linden, Limmer zusammen. Da ist meine Mutter, also ich bin in Linden bis zu meinem dritten Lebensjahr aufgewachsen. Und dann kam meine Schwester und dann mussten wir in eine größere Wohnung in der Südstadt umziehen. Aber ich habe diese Liebe zu Linden nie verloren. Ich lebe jetzt seit 2006 in der Lift und da kann man ja wunderbar mit der Linie 9 gleich durchfahren dorthin, ohne umzusteigen. Und ich war gestern mal wieder in Linden-Limmer auf dem Faustgelände, weil ja Weltfrauentag war und habe da mit den Karger Frauen in der Warenannahme gefeiert. Ja, ist doch schön. Und das war so schön und da habe ich mir gesagt, wenn jetzt endlich mal besseres Wetter kommt, dann werde ich auch wieder regelmäßig da auf dem Faustgelände im Gretchen sein. Und da ist ja dann sonntags immer Flohmarkt und so. Ja, ich weiß, das Flohmarkt, da kommt man ja, wenn man da an der Ime ist, ist doch das da in der Nähe, ne? Genau. Und das sind so die Orte, wo meine Mutter schon mit mir im Kinderwagen immer spazieren gegangen ist und so. Und also ich finde das immer sehr schön, weil die Leute da so nett sind. Da kann ich alleine hingehen und ich treffe immer irgendwen, mit dem ich mal so ein bisschen Smalltalk machen kann. Ja, das ist doch, das finde ich auch gut. Du hörst dich ja auch sehr kontaktfreudig an. Und wenn man, und ich sage auch immer, wenn man nur erst mal über das Wetter redet, dann kommt man von Hölzchen aufs Klötzchen und dann entsteht irgendwie ein Gespräch. Und im schönsten Fall verabredet man sich dann auch mal noch mal auf einen Kaffee, ne? Also ich denke, ich denke, das ist schön, dass du das machst. Hast du noch einen Platz vielleicht? Oh, das muss ich länger überlegen. Ja, so die Leine matsch, ne? Ja, aber da wollen sie ja auch alles mit Autobahnen vollbauen und so. Das finde ich so schade, dass da irgendwie, ja, dass das eigentlich hoffnungslos ist, dass das da jetzt alles abgeheuzt wird. Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber dafür wird ja unsere Innenstadt immer autofreier. Und ich wohne direkt in der Innenstadt, ich wohne direkt hier um die Ecke, habe vier Minuten zu Fuß. Und das ist natürlich dann wieder so eine Sache, das ist ja auch schön, wenn die anderen von außerhalb in unsere Innenstadt kommen und da fahren keine Autos mehr, die können da flanieren. Aber für jemanden wie mich, der in der Innenstadt wohnt, der kommt ja gar nicht mehr aus deiner Garage dann raus, ne? Das wollte ich jetzt hier nur mal, das ist ja jetzt hier so offenes Ohr für alle, das wollte ich jetzt mal zum Besten geben. Aber sag mal, warst du denn schon mal, wenn man da am Königsworterplatz Richtung Willenbusch Museum geht, also Richtung Herrenhausen quasi, wenn da diese ganzen blauen Blüten sind, das finde ich auch hammermäßig. Ja, ja. Das ist auch, das sieht so schön aus und das ist eben auch nicht das Übliche, wo alle immer sind, ne? Sie sind ja immer alle, naja, nicht auf dem Faustgelände, sondern mehr Matschsee und Herrenhausen. Ja, das ist doch schön, ne? Ja, da ist dann immer gleich so proppenvoll. Ich wohne ja auch in der List direkt am Kanal und da finde ich manchmal zu voll spazieren zu gehen, wenn es so gut ist. Wo ist das denn in der List am Kanal? Da beim Lister Freikirchen? Hinter dem Pelikangelände. Ach, da? Ja, da kriegt man ja geil. Da wohne ich direkt am Kanal und da ist mir manchmal wirklich zu voll zum Spazieren gehen und auch die vielen Radfahrer, vor denen habe ich ja richtig Angst, dass die mich umfahren und so. Ja, da wird es bald noch mehr von geben, ne? Also da gehe ich dann zu solchen Zeiten oder auch letzten Sommer, wo es so heiß war, da bin ich dann in der Allenriede spazieren gegangen. Ja, die Allenriede geht da ja auch bis da hoch, ne? Genau. Und da gehe ich dann aber auch so schmale Wege, wo kein Radfahrer langkommt und so. Also so, ja, schmale Wege, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Ja, ich gehe da ja auch mit dem Dackel und da muss ich natürlich auch aufpassen. Die Radfahrer, die haben ja manchmal ganz schön Tempo drauf. Ja, ja. Also da muss ich jetzt auch, wenn ich in der Allenriede bin, ich bin ja schon ein bisschen älter, der Dackel ist ein bisschen schneller, da muss ich dann auch aufpassen. Aber ich finde es ganz toll, dass wir hier in Hannover diese Allenriede haben, diese grüne Lunge. Also da kann man ja schon sehr schön spazieren gehen und von jedem Stadtteil aus zu erreichen. Also finde ich auch ganz toll. Und es ist schön ruhig da. Ich bin immer so gegen den Verkehrsnärm und auch gegen diesen ganzen Bestand. Ich habe auch von Kindheit an mit meinen Bronchien immer so zu tun und in der Allenriede. Ja, da musst du aber mal an die See fahren, ne? Das ist eine ganz andere Luft, ne? Da musst du aber an die Nordsee. Ja, ich versuche auch öfter mal ans Meer zu kommen, so, ne? Das ist immer, ja. Und das andere Thema ist auch Tiere. Ich kann leider keine eigenen Tiere haben, weil ich höchst tierhergisch bin. Aber ich hatte zum Beispiel letztes und vorletztes Jahr, hat hier eine junge Dame gewohnt, schräg gegenüber von mir. Und da bin ich immer mit ihrem Hund spazieren gegangen, wenn sie zur Arbeit musste. Und die hat mir dann auch den Schlüssel von ihrer Wohnung gegeben. Aber das ist doch ganz toll, weil die Nelly, die ich hier habe, ist ja auch ein Leihund. Ich muss jetzt leider Schluss machen, meine Liebe. Du kannst ja jederzeit noch mal ein paar Lieblingsplätze uns das nächste oder übernächste Mal sagen, weil ich habe jetzt noch einen in der Leitung. Und wir haben ja, die Zeit ist ja wieder sehr schnell rumgegangen. Ja, es rufen wir immer wenig an und dann komme ich bestimmt noch mal durch. Alles klar, ne? Dann gute Nacht für dich. Tschüss. Ja, gleichfalls. Tschüss. Wir haben die Marita, die möchte noch mal kurz die Karten gelegt haben, dann mal los, ne? Marita. Hallo. Ja. Grüß dich. Grüß dich. Ich sehe gerade, du bist noch älter als ich. Ich dachte, musst du mir eigentlich so anbieten, aber das habe ich jetzt gemacht. Hast du Skatkarten da? Was, gesagt sie? Hast du Skatkarten da? Skatkarte? Du wolltest doch die Karte gelegt haben, oder? Ja, ja, ja. Du musst die Karten aber selber haben. Selber? Ja. Oh, ich habe nicht. Ich kann ja nicht für dich die Karten legen. Das ist ja dann so, als wenn es für mich ist. Das können wir nicht machen. Also jeder muss selber mischen und selber die Karten ziehen und sie mir dann sagen und dann sage ich dir das. Aber du kannst ja auch gerne noch mal anrufen. Also so ein ganz normales Skatkartenspiel mit 32 Karten, wirst du sicher irgendwo auftreiben können. Oh, aber ich dachte, Sie haben Karte da. Ich habe Karten da, aber ich kann nicht für Sie die Karten legen. Sie müssen sie selber legen. Ich kann Ihnen eine Karte, eine Karte kann ich Ihnen anbieten. Das ist jetzt eine, Sie sagen mir kurz Ihrem Geburtsdatum bitte. 19.04.40. 19.04. welches Jahr? 4.04. 40. 40. Ja. Okay. 10.04.24.28. Das ist Sonne, kontaktfreudig, starke Ausstrahlung, sonniges Wesen. Sie sind doppelt Sonne, das heißt, Sie kommen gut an. Sie müssten beruflich auch etwas mit Menschen gemacht haben, wo Sie also auch mit Öffentlichkeit zu tun hatten. Na ja, wann kann ich arbeiten, da habe ich immer gut gemacht mit den Leuten, aber jetzt rente. So, ich mache jetzt mal eine Karte für Sie. Das ist aber jetzt nicht die Regel, dass ich das mache, weil eigentlich muss wirklich jeder seine Karten selber mischen und ziehen. Wir machen jetzt mal eine. Okay. Aber Sie können ja irgendwann nochmal anrufen. So, da haben wir eine. Ja, ich rufe an, weil Sie bisher eine nette Frau. Danke. So, Marita, Marita, jetzt aufpassen. Wir haben hier eine Karte, die Karte, da steht drauf, unverhofftes Geld. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Unverhofftes Geld? Unverhofft. Also Geld außer der Reihe, wo Sie nicht mitrechnen, was Sie erhalten, wo Sie sich auch drüber freuen, wo Sie gar nicht mehr dran gedacht haben, dass Sie da noch Geld bekommen. Oh, das ist schön. So, wir haben noch zwei Minuten. Ich ziehe jetzt nochmal eine für Sie. Na ja, gut. Ich rufe mehr Sie dann. Ja, okay. So schöne Frauen, so gute und so lustige. Marita, Marita, wo könnten Sie denn noch Geld herbekommen? Haben Sie eine Versicherung oder sowas? Versicherung. Für Geld, ich habe nichts. Also das ist ja kein Geld, was jeden Monat kommt, sondern das kommt außer der Reihe. Da warten wir mal ab. Sie sagen uns dann Bescheid, wenn es da ist. Tausend oder mehr? Wie tausend? Ich weiß es nicht, wie viel. Aha. Machen wir es gut. Gute Nacht. Alles Gute für Sie. Ja, Sie auch. Mua, mua, mua. Ich küssen Sie mal sehr schöne Frau. Tschüss. Und gut und lieb. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi, wir rufen wieder. Wir rufen wieder. Ja, tschüssi. Tja, das war es dann erst mal. Das war ja ein netter Schluss. Also bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi, wir rufen wieder.